So, grüß euch. Ihr habt es ja gerade schon gesehen. Wieder am Roten Tor. Den ersten Aufstieg von Spitz hinauf haben wir schon mal hinter uns. Auch bekanntes Terrain. Doch jetzt geht es hinauf auf die Michaeler Höhe oder auf den Michaeler Berg und dann hinüber durch Steineichen und Weingärten nach Weißenkirchen. Das ist unsere heutige Tour. Ja, das ist also jetzt wandertechnisch sicherlich der Anspruchsteil unserer heutigen Tour. Es geht nämlich stetig hinauf, circa 250 Höhenmeter haben wir zu überbrücken. Und es betrifft nicht nur mich, dass ich schwer atme mit meinem 20 Kilo Übergewicht, sondern auch den Teil der Wandergruppe, die sich als idealfigürlich bezeichnen, die sind auch nicht gerade die Schnellste. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.